Vielleicht stirbt sie noch. Egal, der steht auch jetzt. Ein Problem weniger. Jetzt musst du noch... Oh! Okay, auf... Ach so! Ich glaub nicht. Egal, ich hab gewollt. Was war das Ziel? Ach so. Nur sie zu beschützen. Puh, das war knapp. Ich sagte, wenn ich die einmal umgekehrt nicht. Also einen davon wenigstens. Puh, 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 puh. Puh, puh. Hier kann man nicht... Ja, mit Eichs. Mit Eichs? Ja, aber warte, ähm, ich weiß schon. Ähm... Wieso? Mit seiner Bande musst du das ja machen. Bitte, 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 bitte. Bitte? Senkt, er hat einen Schaden mit Stark. Hm, nicht schlecht. Guck mal, ein DEP bei einem Schaden sogar. Hm, gut so. Ach ja, die alten Männer. Sag jetzt nicht, du musst gegen die alle kämpfen. Nein, gegen Whitefeet und das war's schon. Ach so. Hm. Ich kling voll müde. Es liegt eher wohl daran, dass ich keinen Spaß dabei jetzt gerade habe. Ich will's einfach nur zu Ende bringen, dann hab ich das auch endlich. Nein. Jetzt triffst du ihn aber, oder? Ja, guck mal, wo er gerade ist. Schal ich jemanden einsetzen? Kann ich lassen. Whitebeard, gegen Whitebeard. Nein, das ist nicht. Die sind auf Level 1, es ist nicht so stark. Das hast du doch noch nicht gelevelt, die. Ja, also ich muss die immer benutzen. Im Kampf. Ja, guck mal. Falsche Richtung, vollidiot. Oh. Eckert Fleisch. Hat der Verteidigung gemacht, oder? Hast du gewonnen? Nein. Klinger schon mal. Marcotti wird wird. Nee, ist auch gut zu kämpfen. Jetzt können wir all die Level ab, oder? Ja. Ah, guck mal, ich bin zwar nicht auf der Level 2, das ist auf der Witzel. der Rest geht schon auf 99 und jetzt noch die da oben was heißt das jetzt war so ich dachte das ist wieder mit 1 kannst du nicht mehr jemanden anderen das ist jemand mit 48 er könnte mit deshalb kämpfen diesen vollpfosten von einem piraten eigentlich muss er bei ihm voll viel abziehen weil er ein fischmensch ist und das ist feuer was jetzt ist jetzt blind oder wie habe ich nicht gut gemacht mit marco hat dann traurigen mit gold beim schaden gerade bisschen verwirrt ach so dass diese attacke das auch gegen blackbeard gemacht hat oder er rastet hier aus das getroffen oder ich muss man gleich mal Ohr wechseln das tut richtig weh jetzt beim rechten Ohr mit Headset ich bin schon hier bald an Stand Headset vielleicht dritt dort dieser so so Entschuldige level up auch für ihn wieder hast du egal egal okay mal kurz cut also bis gleich okay es geht weiter gegen jork oder wie kaum erst muss ich gekommen sein so gegen die hock ist ein ich muss sagen dass sie wenn du auch viel noch nimmst in die truppe aber es ist auch ein leichter ein kräftiges elektrifiziert elektrifizierung jeder bisschen recht gehabt ein bisschen Toto und du willst die Dinge zwischen uns klären Lorna er hat okay anders gesagt kommen an mir vorbei wenn du kannst jetzt sehen wir mal wie das jetzt aussehen wird ich habe bis in die gesellschaft scheiße das schaden ist auch nicht so viel ich kann nicht mal zu ende drücken das hasse ich immer was machst du auch viel was er macht die spezialtacke ja so ein bisschen sind wir nicht so viel doch ne ich sag da nein 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 lieber das wasser als eine spezialtacke er hört nicht ein er hat einfach nicht auf anzugreifen er will mich doch verarschen ich kann die bühne haben 3.000 welten sehr geil auch ja für die leute die wissen wollen wie der neue one piece teil heißt er ist one piece gigant bei der 2 shin sekai neue welt also da sind alles neue karte also raffi in zwei jahren und keine ahnung wie das ist das alles auf japanisch es ich warte noch bis auf deutsch kommt oder auf englisch mindestens dann spiele ich das und dann ist musst du wieder dabei oder so egal ob sie kommen kommen auf die mach mal etwas hier war wird geklärt tag team ist ein gut gemein oder das alles geworst du drauf hast ich habe diesen kampf viel gelernt ich werde nie mehr verlieren sagst du jetzt und dann verlierst du wieder jay level 2 und so und wieviel jetzt jetzt nur zwei kämpfe ja ok zwei welten noch das machen wir noch zu Ende ok aber die andere doch ist nicht so lange die hat nur 11 aber ich finde ein solcher nicht macht das nervt ja ok könnt ihr machen oder sehen jemand wenn das scheiße ist kann ihr sofort abbrechen ist ja kein problem so viel frustration erlebt bei dem ja echt glaub schon ja aber ich wollte ja alles alles und da hast du diese welt kennengelernt und dachte nur du ja aber am ersten mal war es ja nicht so schwer okay natürlich doch aber danach sind abschließend sind kann man nur um alles zu machen ja ok ja ok sehen wir ja gleich ja 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 es kann er explodiert oder das war mein fehler dann aber egal bisschen heilung komm steht auf egal jetzt triffst du aber nicht hoffen glauben glaub an das ich glaube an den dritten angang sturm heute modus die bühne du heilige scheiße das grausam aus beim video wird es nur grausam aussehen wieso ist da niemand in der nähe das kann seine eigenen mit streit angegriffen egal nach mir ist tot also wer die meisten punkte hat oder das ist ein spezialtag bis hin bis hin egal blitz trifft dich aber egal machst du spezial ich glaube es werden insgesamt knapp 20 ja der steifen das schließlich das problem 20 parts ab ist gut du gehst morgen arbeiten oder du weißt wieso dass du früher schluss hast deswegen geht's denn oder ich liebe doch meine arme ja ist klar machen ich kenne da ich weiß da was andro machen wasser voll ja ich habe nur zehn punkte klatsch jetzt kommt spätartig von ami blitz lantz in deinem buch die hätte mich okay okay jetzt kommt die letzte rate mal gegen wen kämpf gegen zwei was sagt dir es schwertkämpfer und jäger okay zauber und mihock echt ja ich kenne mal mit mir ist schade du willst mich töten stimmt das nicht adlauge dachte ich müsste die entfernung zwischen uns okay er redet mal so besoffen oder behindert wie lang gilt das sagen ich muss sagen zwei gegen einen das ist kacke alles schafft du oder mag mal ein bisschen egal so gleich so kommen ich habe dieses fall aufgepowert jetzt kommen vor Ort wird los von Mordor Mordor Spezial laufen der Leben bastarde okay mach gleich dann da wohl irgendwie essen noch oder so ja genau zweimal das ist ein verteidigungsstärken und geschwindigkeit da war ich nur ein zweimal und zweimal angriff wieso gibt die hoffnung nicht auf gibt die hoffnung nicht auf verbrücken sich ja außersehen gegenseitig kann ja sein wieso kann doch sein kann ja sein er kann ja trotzdem sein dass einer so dämlich ist um hat die spezialität auf den einen ja guck gibt die hoffnung nicht auf die abhauen und eine suche ja ja du essen ja unigiri leck mich doch kann so mehr geben unigiri es gibt es wenig so dass viel reist der kohlenhydrat hallo das trifft auch ja gut so verdammt die B du wohnen ja mann und er hat das hat sich doch der andere ja aber scheiße bleibt so deshalb ist es Gib ihn, gib ihn, gib ihn, gib ihn Ey, der soll ein Bastard, der jedes Mal Schutz macht Das ist alles auf einem weinen Was? Ey, das hat, sag jetzt nicht, das hat gegen das Dach keine Chance gehabt Das ist so traurig, traurig aber wahr Ey, das ist bitter Setzt ihn einfach ein Wen? Warte, ja, vielleicht kommt er noch Keine Zeit Frist Chili, frist Chili Verdammt Nein, es bringt doch nichts Bitte, bitte, bitte Marco, los, rett uns Er hat Konter-Attacker gesetzt Egal, wir wissen, wie das ist Das ist keine nächste Wieso, wieso Abbrechen, abbrechen, das hat keinen Sinn mehr mit ihm Oder sag ich mich nochmal mit Ace Nein, nein, abbrechen, abbrechen Wir haben, wir haben, wir haben, wir sind da verzweifelt, Mann Egal, das haben wir dann auch gezeigt, oder? Nein, ich will gewinnen Ja, okay, dann gewinnen auch Seine Ehre wieder Muss wieder seinem Ehre beweisen Ja, das war für schon Seine türkische Ehre Geh weg, man muss die türkische Ehre Ist keine türkische Ehre Nein Ja, okay Das ist meine Ehre Ja, muss die Ehre 11, 11, 11 Stand da gerade Ich bin cool, ich mehr verstehe Oh Mann Das warst du sie gerade machen Ich wollte einfach was einsetzen Anschließend Nicht das gleiche, nicht das gleiche nochmal passiert Wie du mein kleines Bruder Guck euch, ich bin schon in Führung des Gibt den Pitkin Kopf Guck mal, wenn ich genau drücken will, dann ist es einfach weg Ja, weil die mich mal angriffen haben Ich brauche mich nicht gleich mit dem Lissop genommen Lissop ging die? Na, allgemein, ich mach's euch mal Ich hol ihn ja nur wegen der Spezial Ja, perfekt, warte Wieso nicht die dritte Hast du die dritte, kannst du es noch nicht, oder? Okay, und so Gib den verdammt mal Ja, es geht einfach mal weiter Es geht einfach mal weiter Kleine Störung, aber egal Kurz geklärt Warte Einmal noch ein bisschen besser Damit ich ein bisschen GK bekomme Werft der Bombe gegen seinen Kopf Das war so knapp beim Falken Auge Einmal so Okay, tot Egal, guck mal, jetzt auf einmal kommt das ganze Essen Jetzt auf einmal Egal, komm, Franky Bring ihn um Ich guck hier nicht wie sie Hab ich auch Nicht, ah Ich guck mit Rocky war es auch einfach Ja, okay Ich muss doch so viel lernen Das sagst du richtig, Kumpel Ey, lass mal, diese Insel, wie du überspringen, ich verwandle mich Welche? Die andere, diese... Hm? Diese Insel da, die hier Ja, wir sind ja hier fertig, ne? Ich guck mal, die hier, lass ja überspringen Nein, nix, nix, nix überspringen Warum die hier? Das ist so, das ist Kinderkram Was ist denn das? Das sind auch so Level, aber nimmst halt sie Guck mal, Level 16 Da, 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 da Aber komm, alles zeigen Es geht ja schnell, dann hier Aber erst im nächsten Part Tschüss! Tschüss!